Ah mega, wir holen auch gleich und dann an einem Mage-Cook hier wieder. Aber wie dumm, dass ich hier nur auf den Damage-Cook hier den halben Zeit nicht mal richtig mitmache. Boah, da hab ich aber gut reingeklappt. Das wär geil, ne? Sind die mit der DPS alle? Allein, alle, alle, alle... Ich darf's ja schon was. Ich trink auch einfach viel zu viel Scheiße. Obwohl... Sonne, ich war nicht so ungesinck, glaub ich. Gutes Mistzeug. Ja. Das soll kein Zuckertal sein. Ich bin nicht so ungesinck, aber... Ich bin nicht so ungesinck, aber... Ich bin nicht so ungesinck. Erst totkopp, dann xx bitte raussporten bei mir. Ich denke nur, dass... Booshy, du bist ein ganz ganz toller Held, ey. Ich... Ich bin hier toll. Ich feier ihn. Ich bin nicht so ungesinck, ne? Kann ich ja nicht noch gut amut abstrafen. Doch beim Endboss noch. Und bei den Tymbl-Grossen? Rossumel Vielleicht mal hat man auch Ich werde ganz geil, den Start würde ich bestimmen In welcher Sprache kann ich dich unterstützen bei den Ansagen Was zuerst gemacht wird Hä? Außer Versteh'n ich, ähm, hab ich gefragt, ob ich die 0,5... 10 0,5-Boss machen Fragt die Heiler Ich mag seine Aussagen halt gar nicht Und dann kommt den und dann den End-Boss Äh... Er wird jetzt hier einfach als erstes dann damaged ist das Ding auch durch Oder was? Da ist ja... Kann ja keiner mithalten Guck sie doch an Guck sie doch einfach an Guck sie doch immer noch auf Ist die epische Musik auch im Gegend Oh Gott Oh Mann ey Guck sie doch immer noch auf Boah komm Bleib auf dem dritten Bleib auf dem dritten einfach Boah zweiter wär auch noch besser Nein, nicht die Männer ausgehen Nicht die... Nicht die Mama Nicht die Männer ausgehen Boah 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 Zweiter Zweiter Einfach so Einfach so Hä? Wo hab ich denn Zweiter? Ist ja krass Boah Wer war das? Neee Fühl dich nicht Hammer Fühl dich nicht Und irgendjemand hat ja auch grad gut dort hingesetzt In das Zimmer Aber Ich vermute, dass der Täter noch hier ist Nicht viele Verdächtige Aber Ich will es trotzdem nicht mehr das machen Ich verstehe ihn heute wieder nicht, ne? Aber nur Scheiße Ich mach da mal wieder Bedarf Keiner nicht Was Will er von hier? Mach doch was für wild, ey Das ist ja noch Dass keinen Mensch darauf an Ich hab's doch nicht verstanden, ich bin vorhin wieder rausgeflogen hier aufs Spiel, ne? Ich hab's doch nicht verstanden, ich bin vorhin wieder rausgeflogen hier aufs Spiel, ne? Jetzt bin ich wieder drinnen normal die ganze Zeit Einmal am Tag immer kurz raus Ganz kurz raus Und in die Sekunde abbruch Und das nur mit dem Router von Telekom, ey Das tut mir dann Ich versteh's doch einfach nicht Wow Baby hab ich doch Bock Oh Oh Hier kommt noch irgendwas geil So schön geiler Loot, ey Was war da Oh, hier war doch noch irgendwas richtig Oh, der Helm Oh, der Helm Helm sag ich schon Kommt mit Deckung einfach nur Tour-Bahn Und gleich los Kommt los Ich bleibe doch noch Das dreht mich doch nicht die ganze Zeit Das haue ich hier immer richtig ein An Flash bin ich nicht so gut, da hab ich auch immer viel Bock Oh, ich hab sogar so ne komische, äh, felsmisch-chromatische Schuppe bekommen. Feier ich, mag ich, sehe ich mich mit. Oh, ich hab auch schon wieder ne halbe Stunde aufgenommen. Kann ich aber nicht da aus'n Zweithöler machen. Einen schönen Zweithöler. Können wir mal kriegen, ne? Ach, naja, holt sich doch locker alle bis dahin hin, oder? Oder? Safe. Kann ich mir nur so vorstellen. Er leuchtet aber auch super geil. Ich hab ein paar Raten weggeballert. Bam. Zack. Moffena, wer ist denn Moffena? Sherry? Hab ich ja ewig nie mehr gesehen. War doch nochmal Sherry. Das war doch nie. Das war beten, weiß ich. Buh. Ich bin älter. Bestimmt. Nichts hier oder stärker. Ne, ich hab schon noch gezeugt. Journalistischer Trick. Weiser. Weiser, Alter. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann ...viel gedattelt... ...drei Subzenten... ...dolang doch noch ein bisschen weggehen... ...Schule über Nacht aufladen... ...der Klassiker... ...11 Uhr Nacht lädt... ...drei Hälfte... Was ist das hier eigentlich immer? Sie wurden vom Blizzard-Teams getrennt... ...keine Ahnung was das heißt... ...schauen wir jetzt nach hinten... ...oder nicht? Ist doch so lustig wie er das... ...bossmäßig zieht er ihn jetzt zurück... ...ach er ist doch mal komisch an... ...er ist und bleibt komisch an... ...aber naja... ...tut ja kein was... ...tut ja kein was... Oh Scheiße... ...ich so verdammt... ...damage push... ...nö... ...damage brauche ich ja nicht pushen... ...damage ist ganz gut am Start... ...so wo es zurückkommt... ...so wo es zurückkommt... ...die Kaline ist doch sogar eigentlich schicken... ...oder nicht? Kein Plan warum ich das nicht versuche... ...nein Plan warum ich das nicht versuche... ...ich hofft der Kabel auch nicht... ...ich hofft der Kabel auch nicht... ...schnell rennen... ...schnell rennen... ...schnell rennen... ...ich weiß eigentlich nur noch alles mit aus der Gilde... ...aber fast voll viele... ...Shelda... ...unicorn... ...ende... ...müsste ein Witzen sein... ...jo... ...ja ganz lustig eigentlich... ...feier ich zu spät... ...und dann... ...fass gildenden Türen... ...ak... ...ich feier ich für dich... ...sch... ...h... ...h... ...nun dürfen wir... ...da hat es gefolge hinterher kommen... ...heh... ...ach ja... ...has... ...ik... ...heh... ...ha... ...heh... 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 ...h- ...ha... ...ja... ...wenn eben du denütkungen... ...kopf hast... ...oder ich den Rest... ...soll ich mal ein Chili... ... noch mal ein Chili reinballern... ...i- ...h- ...ten... ...g- ...'n Chili reinballern... ich muss tun ok locker locker Da sagt er gleich, yo, kein Shield-Cut-Shield ist oder so. Ah, bringt doch rein, bringt sich doch der auch raus. Jetzt rechnen aber Schilden, das ist ein guter, das ist ein guter Tier. Guck mal, da hat er, da kann er nicht mehr ganz. Jetzt ist die schöne Schildkunde draußen, da kann es nicht mehr ganz. Aber ich hab doch noch das Mäh als Ruf, wenn er rauskommt. Das kann es nicht mehr. Was, die macht Schildkröte? Die macht Schildkröte? Keine Ahnung, Schildkröte. Ich möchte jetzt ein paar Schildkröten-Experten. Klassische Schildkröte. Klassische Schildkröte Puh! Was, die macht Schildkröte. Was ist das nicht? Vielen Dank. So, jetzt schön den Scheiß-Kiden. Sooo, gar nicht ready eigentlich. Ich muss noch den hier anfertigen. Oh, schnell, 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 schnell. Jetzt auf doch ein, alter. Da werde ich mich jetzt nicht mit rumbeklettern. Oh, scheiße, das ist doch doof. Das ist so, warum hab ich noch nicht bereit gemacht? Man, 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 man! Egal. Wir machen das Beste draus. Fuck. Push, nimm. Damage. Wir können ja, wenn der zurückkommt, dann nutzen wir dieses Kanalisier-Dinger. Kanalisier-Ding. Nennen das die Amerikaner-Leute, glaub ich. Irgendwie es kann ja. Hi. Achso. Ich wollte gerade mal einen Reckenfall und frag mich, warum ich nicht aus dem Fall komme. Ich bin so lost. Lost in Boff. Klassiker. Oh, er ist wieder Dritter, ne? Er kommt da an die Schuhe, wenn er nicht mehr ankommt. Aber... Er kann sich auf jeden Fall auf dem dritten Platz halten. Und das ist positiv, finde ich. Auf einem ganz anderen Niveau. Anderer Niveau. Wo ist... Warum muss ich weg? Warum muss ich weg? Alles, 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 alles. Dritter ist doch gut, ist gut, ist gut. Dritter ist gut. Ja, warum? Habe ich die Probe schon? Ja. Habe ich den Ring schon? Nein, vorher war ich nicht. Habe ich den Zahn... Ne, da habe ich meinen, ist besser. Die sind hier, passen so. So sehe ich das doch. Oh, die Mucke wieder. Ne, ich könnte es abdancen jetzt. Beberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Gell, wo ist er hin? Oh, meiste Schwert, ey Feier ich echt Davon zwei? Würde es super kalt aussehen Ey, jetzt auch Aperol über, oder nicht? Ich dachte, wir wollen jetzt noch den Tino-Boss machen Steht nicht Nö, machen wir anscheinend nicht Den hätte ich ja so gerne gemacht Geile Waffe hier Wo ist sie? Oh, nee, die nicht Oh, nee, nee, nee Aber hier, oh, 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 oh So Da, da ist er Und das Spiel, feier ich den auch mal Ist top, ist super So Wie habe ich auch mal einen Splatter bekommen, wo wurde Alles top Und dann Sag ich auch mal wieder Ganz klassisches Ähm Hä, Leute, warum geht das jetzt nicht? Hallo Ach, keine Ahnung, ich wollte noch winken an so'n Scheiß, aber es geht nicht So Ach, keine Ahnung Und jetzt hier so Ab Ist, warum geht das nicht? Ähm So, jetzt habe ich es, glaube ich, nicht Jetzt so machen Bamm Nein, geht nicht Geht nicht Egal Ich sag, tschau Kakao